Und wenn jetzt hier nicht jeder motiviert ist, Gottverdammt doch mal. Wirklich komplett beschissen bearbeitet. Rotze. Ganz, ganz großer Müll. Bitte, lasst keinen Kommentar da, nicht liken. Ich glaub, dieses Weihnachten wird irgendwie doch nicht so geil. Wir sind raus an Geteile-Treu. Der macht nämlich eine Aktion und zwar will der im Dezember einen Adventskalender machen. Bis zum 24. glaube ich jeden Tag ein Video bringen. Da ist immer ein versteckter Hinweis drin. Mit der Lösung könnt ihr am Ende 500 Euro auf den Nacken von den Jungs gewinnen. Also die nehmen da den Teil von ihren YouTube-Einnahmen, 500 Euro, und verlosen die dann an die Leute, die die richtige Lösung eingesendet haben. Also finde ich eine geile Aktion. Wenn ihr da Bock habt mitzumachen, schaut die Videos von Geteile-Treu. Abonniert den Kanal, schaut vorbei und los geht raus an die Jungs. Weißt du, ich will einfach mich hier hinsetzen, 12 Stunden, ich will zocken, Digga. Und dann kommt die CPU mir mit 100% Auslastung. Die Arme nach unten, Alter. Ey, ist mir jetzt scheißegal. Ich werde jetzt gemeinsam mit meiner Community, wir starten ins BeFit Workout. So, wir drehen ein wenig beiseite. Leute, wenn ihr Bock habt auf ein gutes Workout am frühen Nachmittag, dann setzt euch gerne jetzt vor euren Rechner. Äh, Luca, ich lade OW schon runter, Digga. Ja, OW, wir machen weiter. Wir machen jetzt ein kurzes Workout zum Abreagieren. Es interessiert mich nicht. Wir machen jetzt ein chilliges Workout. Danach werden wir auch entspannt ein wenig was essen. Und dann ist auch wieder alles in Ordnung. Ich liege in meinem Bett. Dann würde ich mal sagen, ist es Zeit aufzustehen, mein Freund. Wieso droppt jetzt meine KB-Ratte? Dann scheißen wir auf den Download. Gehe mir keinen Fock. Wir gehen jetzt also gemeinsam her, ja? Und werden uns nun an einem Workout beteiligen. Setz dazu mein Headset auf. Das ist extrem wichtig. Weil, guck mal, ich meine, klar, wir kennen immer die Streamer, ne? Die machen Dinge, bringen euch schön Gaming-Content. Die Stars bezocken COD, CPU-Auslastung auf 100%. Da geht auch nochmal wirklich ein ganz, ganz dicker Kurs raus. Aber was die meisten vergessen, was ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist, sich körperlich fit und vor allem aktiv zu halten. Jetzt muss ich ganz kurz aufpassen. Nicht, dass gleich wieder das Kabel von meinem Dings abreißt, Digga. Deswegen ganz, ganz vorsichtig, dass die Kabel immer mit Liebe behandeln. Immer mit Liebe behandeln, dann geben die auch Liebe zurück. Also, das heißt, wir fangen jetzt mit dem Workout an. Ihr zu Hause habt jetzt die unglaubliche Möglichkeit, in meinem Fitnesskurs mitzumachen. Denn mein Fitnesskurs ist einer der besten Fitnesskurse überhaupt. Als allererstes mal brauchen wir eine kurze Aufwärmphase, okay? Wir nehmen uns jetzt also ein x-beliebiges Gewicht. Eine Sekunde, ich muss das raussuchen. So, da bin ich auch schon wieder. Ich habe mir ein x-beliebiges Gewicht genommen, und zwar diese Schale hier, okay? Ihr könnt euch einfach nehmen, was ihr wollt. Wir brauchen Mond und Teddo. Wie konnte ich das vergessen? Mond und Teddo sind auch wieder mit von der Partie, okay? Okay, passt auf. Wir nehmen jetzt das x-beliebige Gewicht und jetzt macht mir einfach mal nach. Ihr stellt euch jetzt bitte auch zu Hause genauso hin wie ich. Bitte jetzt einfach bei meinem Fitnesskurs mitmachen, okay? Ihr nehmt die Schale, wenn ihr breit werden wollt, ja? Ich zeige euch ein paar Tipps. Ihr nehmt die Schale und jetzt wollen wir erstmal auf, ähm, traditionell die Rotatoren aufwärmen. Natürlich mit der besten Variante. Und zwar, wir machen erstmal den hier, okay? Damit machen wir ein bisschen die Schulter warm. Verlosen kommt gleich, ja? Dann machen wir das auf der anderen Seite auch. Damit macht ihr zwar nicht wirklich eure Rotatoren warm, aber wir tun einfach so, okay? Wer von euch macht gerade mit? Hab Angst, dass ich davon einen langen Hals bekomme, Digga? Genau das willst du. Das Wichtigste ist einfach für mich, äh, Sport zu machen. Deswegen, äh, probiere ich, äh, jeder das seine. So, jetzt werde ich ein paar Liegestütze machen, einfach um easy reinzukommen. Ich werde einfach ein kurzes Zirkel-Workout hier machen. So, ich werde einfach mal jetzt anfangen mit dem ersten. Dann muss ich das mal kurz anders, äh, einstellen. So, ähm, das habe ich jetzt als allererste Mal gemacht. Ein paar Liegestützen, um ein bisschen warm zu werden. Ich werde natürlich heute einen, ähm, All-Over-Workout machen. Ich brauche ganz kurz ein adäquates Gewicht, eine Sekunde. Ja, meine Putzfrau hat auf jeden Fall, äh, in den Geschirrspüler so einen Holzlöffel reingetan. Und der ist jetzt einfach da drin gelegen. Und der riecht jetzt gerade nicht wirklich gut. So, perfekt. Auf jeden Fall sehr intelligente Move von der gewesen. Was ich jetzt mache, zum Beispiel für die Schultern, okay? Ich gehe jetzt her. Ja, wir können währenddessen das Gewinnspiel laufen lassen, absolut. Ähm, lass mich kurz, äh, reingucken bitte. Gewinnspiel um 16 Uhr, aber natürlich, es kommt sofort. Ein neues Keyword. Okay, Mebula, dann machen wir Laptop. Es gibt zwar kein Laptop zu gewinnen, aber... Laptop mit einem großen P. Laptop mit einem großen P. Mit einem Gro... äh, mit einem... Nein, Laptop mit einem großen L. Sorry. Laptop mit einem großen L. Nein, nicht mit einem großen P, mit einem großen L. Ich habe mich versprochen. Laptop mit einem großen L. Und ihr nehmt drin teil. Das ist das nächste Gewinnspiel. Also, es gibt, wie gesagt, kein Laptop, sondern wieder 250 Euro. Das machen wir heute, bis wir insgesamt 3.000 haben. Während ihr das... Könnt ihr auch einfach hergehen und wir machen weiter mit der nächsten Übung. Die ist jetzt zwar hier echt ein bisschen Lash, aber ich brauche echt mehr Gewicht. Ne, wir gehen einfach her und halten das. Wir halten das, solange wir können. Ich habe jetzt hier in den Seiten wahrscheinlich ungefähr, wahrscheinlich ein Kilo Gewicht oder so. Das ist halt echt ultra wenig. Aber das, was ich hier auch jetzt mache, ist jetzt auch kein richtiges Training. So gut wie jeden Tag ins Gym und heute kann ich halt nicht. Und das ist halt ein bisschen abgefuckt. Deswegen mache ich halt irgendwas. Das ist wahrscheinlich gerade der absolute Qualitätsstream, oder? Danke, Marc. Genau. Man muss sagen, nach einer gewissen Zeit geht das auf jeden Fall gut auf die Schultern. Wenn ihr das so 20 Minuten halten könnt, dann seid ihr krass. Ne, aber ohne Spaß. Ich kann das maximal noch eine Minute halten, dann schallert's. Das gibt auf jeden Fall einen sehr, sehr aggressiven Reiz in die Schulter. Genau. Wahrscheinlich 20 Minuten, oder? Du sagst es, Kumpel. Boah, das fühlt sich echt langsam sehr, sehr... Genau. Ihr sagt Laptop? Ich glaube auch, ja. Also, ich sag's mal so, wenn ich noch eine Runde mache und ich schaffe fünf Minuten, wäre es überheftig. Boah, dann mache ich eine kurze Pause. Boah, Junge. Der war nicht schlecht, ohne Witz. So, jetzt noch mal ein paar Liegeschütze hinterher. Drüben kochen schon die Nudeln. Wahrscheinlich Laptop mit dem großen P wieder, oder? Ich muss euch ja eine Sache ehrlich gestehen, ne? Egal, wenn es mir schlecht geht. Egal, wenn ich schlechte Laune habe. Als allererstes mache ich immer... Ey, äh, Luca, heute Abend übrigens noch Dinger Paradise, oder? Und das Beste, was ich ehrlich sagen muss, ist, ich mache immer, wenn es mir scheiße geht, Sport. Und danach geht es mir noch beschissener. Das heißt also, das ist eine der besten Aktivitäten, denen ihr nachheben könnt. Wenn jetzt nicht sofort alle hier Laptop in den Chat schreiben, um keinen Laptop zu gewinnen, dann raste ich aus, oder, Mond? Mond sagt das Gleiche. Mond sagt das Gleiche. Der ist einer Meinung. Ich gehe kurz nach den Nudeln. Laptop in den Chat. Man muss dranbleiben. In schlechten Zeiten, in guten Zeiten, man muss dranbleiben. Und ich sage euch nur eine Sache. Jeder, der von euch gerade mitmacht. Einfach zu Hause ein paar Liegestütze ballern. Einfach immer. Wir machen immer 30er Sets. Schöne 30 Liegestütze. Schön langsam, sauber und ordentlich ausgeführt. Hingehend, wenn ihr nur 20 schafft, wenn ihr nur 10 schafft, egal, mach die Sätze mit. Schön gerade rücken. Und wir gehen runter. Eins, die zwei, die drei, die vier. Laptop. Sechs, sieben, acht, neun. Laptop. Elf, zwölf, dreizehn, vierzehn. Laptop. Sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn. Laptop. Eins, zweiundzwanzig, dreihundzwanzig, vierundzwanzig. Laptop. Sechsundzwanzig, siebenundzwanzig, achtundzwanzig, neunundzwanzig. Laptop. So. Und wenn jetzt hier nicht jeder motiviert ist, Gottverdammt nochmal Laptop in den Chat zu schreiben, dann raste ich hier aus. Ich geb mir die Session. Und ich geb sie mir im Stream, außerhalb vom Stream und über dem Gottverdammten Stream drüber. Macht das Sinn für euch? Warum beleidigt ihr direkt wieder rein, Jungs? Ich hab euch auf korrekt reingeholt in Stream. Die Leute schreiben Laptop. Was ist los bei euch? Ihr wieder mich am beleidigen, weil ich der übelste Lauch bin für die Zeit, in der ich trainiere. Teddo, wie lange warst du schon nicht mehr im Gym? Ey, die Jungs sind so am reinbeleidigen. Ist unglaublich. Ist zu wild. Also jeder, der sich den Stream hier gerade gibt, hör auf den Mond anzumachen, Digga. Halt's Maul. Digga, der hat doch angefangen. Aber ich brauch auch keinen Laptop. Du gewinnst ja auch keinen. Du gewinnst 250 Euro, wenn du hier gewinnst. Du gewinnst 250 Euro, wenn du gewinnst. Best. Axteo mit 5 Euro. Scheiße, bin rückfällig geworden. Bruder, mein Beil hat wirklich super sehr, sehr leid. Axteo, größter Spaß, den ich jemals im Chat und vor allem in den Donations gelesen habe. Oreo mit 2 Euro. Meine Donut schon gesehen? Hab ich gesehen, ja. Lacker mit 5 Euro. Mich stört bei dem Workout der Fettsack in der Mitte. Gut, Mond. Äh, Teddo, sorry, da musst du leider raus. Also, wir müssen ja gucken, dass wir Teddo rausbringen, aber ich will jetzt auch nicht assi sein. Deswegen, ich muss den drin lassen. Wie in dir einfach wegzudenken. Ich gucke weiter. Ich lese die Donations vor. Ich bin nämlich nicht abgehoben. Ich finde alle. Er zu dem EMS mit 335 Bits vorhin am Start gewesen. Renzelino mit 5 Euro. Hast du schon das Lied von Slavi gehört? Ja, mein Freund, das habe ich gehört. Oreo mit nochmal 3 Euro vorhin gewesen. Da ist nämlich seine Donation. Hast du diesen Song schon gehört? Ja, den haben wir doch vorhin gehört. Den hat Palowski mir schon geschickt, oder? Ich danke euch für die Donus, ne? Wieder zum Geld rausgeschmissenes Fenster. Die Nudeln kochen über. Alter, die Ficiano-Shop. Ey, lohnt es sich, für sein Ziel zu kämpfen. Ey, lohnt es sich. So, es steht wieder ein 30 Liegestützsatz an. Und ich arbeite auf das Essen zu. Man muss sich in seinem Leben Ziele setzen. Und wenn du die Ziele nicht verfolgst, dann wirst du sie auch nie erreichen. 30, geh her. Schraubt das Mic nach oben. Ihr seid wieder mit dabei. Egal, wie viele Liegestützen sind, ob es 10, 20, 30, 40, 50 sind, macht jetzt den Satz mit mir mit. Und arbeitet auf eure verdammten Ideen. Luca, was schreibt ihr? Erstmal Nudeln ohne nichts. Ja, natürlich, das ist das beste Essen. Wir konzentrieren uns auf den Satz. 30 Liegestütze. Sauber. Und los geht's. Let's go. 1, 2, 3, 4, Laptop, 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 Laptop. Und 1, 2, äh, äh, Laptop. Die nächsten sind durch. Die nächsten sind durch. Aber ich esse noch nichts. Ich lasse mir noch Zeit. Wir lösen gleich erstmal das Gewinnspiel auf. Mich würde mal interessieren, auf wie viel Auslastung ich gerade bin. Gerade bin ich auf 30 Prozent, bin ich einfach nur so streamen. 30 Prozent, okay. Also, wir lösen jetzt auf, okay? Ich hab 8 Prozent geschafft. Stabil, da macht tatsächlich jemand mit. Als ob wirklich jemand mitmacht. Moment mal ganz kurz. Da macht niemand mit. Also wenn es jetzt gerade wirklich Leute gibt, die zu Hause aufgestanden sind und sich hingesetzt haben und mir Liegestütze gemacht haben. Seid ihr Ehrenmänner, Digga? Hab bei 30 aufgehört. Bruder, Mashallah, Digga. Real Talk mache ich, Digga, Ehrenmann. Ohne Spaß. Killer. Pass auf, wir machen es folgendermaßen. Wir lösen das Gewinnspiel jetzt auf. Auf eh, Digga. Sorry, dass ich außer Atem bin, aber es ist gerade einfach so, dass ich außer Atem bin. Äh, 5 Euro. Danke dir, Digga. Joniko, hab letztens erfahren, dass ich wohl Diabetes habe, muss zum Dienstag nach Aachen zum, äh, Luisen-Hospital. Wer jetzt einiges ändern, kannst du mir ein paar Tipps zur Ernährung geben, um auch abzunehmen und fitter zu werden? Bruder, wenn du Diabetes hast, ich muss ehrlich sagen, ich hab keine Ahnung, wie man da vorgehen muss, um da halt auch alles richtig zu machen. Lass ich da... Hier wahrscheinlich der Shaker gerade, oder? Um dich da zu beraten, Digga, ich kann dir da echt schlecht Auskunft geben. Guck mal, ich gehe jetzt nochmal her und mach die nächsten 30. Und danach geht's einfach weiter. 30 Liegestütze. Wer jetzt mitmachen will, Digga, mach Schaller. Aber diesmal ist kein Laptop mehr am Start. Egal. 250. 250. 250. 250. 250. Ja. Ripped Juice World. Ripped Juice World? Ripped Juice World. Damn, resty dead. Please resty. Hä? Sein Vater gestorben, oder was? Ja? Komm, verpiss dich wieder, Hermann. Du hast recht, Digga, und Spaß. So, ich, äh, Dinger, werde jetzt nochmal 30 Liegestütze machen. Nächster Step, Digga. Und danach werde ich meine Nudeln verspeisen. Absolute entspannter Position, Digga. Denk einfach an die Nudeln. Einfach an die Nudeln denken, Digga. Ans Food. Für die Gang. Für das Food. Für die Gangs. Ha, ha, ha. Yeah. Für die Nudeln. Für alles. Für den Chat. Für die nächsten 250 Euro, Alter. Alter, Tedder Mond, man. Hier braucht ihr unbedingt einen Stuhl. Könnt ihr da nicht einfach so chillen, Digga. Jungs, man, macht's euch gemütlich und Spaß. Setzt euch doch. Setzt euch doch her, man. Jungs, seid herzlich willkommen. Jungs, wollt ihr was trinken, was essen? Okay, dann beleidigt mich halt. Passt. Ist in Ordnung. Ihr könnt den Gastgeber ruhig beleidigen. Das passt für mich. So. Hat 20 Liegestütze gemacht, aber Kott. Und er hat angefangen, musste deswegen aufhören. Digga, man kennt das. Klassisches Problem. Äh, Chabo, ob ich mir den Track reingezogen habe. Alter, Palowski schadet 28 zum Unity Cup raus. Ich verstehe zwar nicht, warum 28, aber Palowski, der alte Six-Cut-Junge. Was ist denn jetzt los, der? Der Typ schadet's ja komplett raus. Übrigens, auf Palowski geht heute besondere Ehre an diesem heutigen 12-Stunden-Stream. Denn Palowski hat selber heute unter den ganzen Verlosingen, die dabei sind, vier gehen auf seinen Nacken, weil 1000 Euro hat er heute beigesteuert. Ehrenmann Palowski. Aber Palowski hat insgesamt jetzt schon 400 rausgehasselt, Digga. 400. Palowski, wie viel Geld du einfach verloren hast. Dadurch. Ehrengott Palowski. Money wasser number one, dude. Bild ist voll dunkel, oder? Jetzt müsste es besser sein, oder? Würde ich es jetzt machen. So, aber bitte wünsche mir keinen guten Appetit. Das bringt Unglück. Armhaare zu dunkel. Die Armhaare rein, Digga. Wahnsinn. Falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann wird es jetzt allerhöchste Eisenbahn, es bleiben zu lassen. Ansonsten, ich hoffe, das nächste Video kommt. Und ich hoffe, du bist nicht dabei. Hi there, Moa.